Ja, so, das sind wir wieder beim Let's Play mit unserem Admin, Überraschungsgast, und, ja, das war's schon. Was ist mit dem Überraschungsmoment? Ja, der kommt nicht. Der ist wieder zu blöd. Und den, den ich in den Arm will. Hallo. Naja. Ja, Juton. Dann fangen wir einfach mal an, irgendwas zu bauen, oder? Na, soll ich den Tag machen, oder? Nene, lass mal so. Ja. Ja, mystisch. Dann mach ich das Haus weiter, weil ich das mag. Machst du? Okay, ich baue auch mein Haus. Also, wir haben jetzt zwischendurch aufgehört und ohne Aufnahme weitergespielt. Ja. Naja, ich schon. Ja, irgendwie nicht, ja. Außerdem haben wir am Anfang ja nicht aufgenommen. Ey, was ist denn da für eine Tür im Ding? Ja, das ist das Haus, was ich dir erzählt hat. Achso. Ah. Das ist Kunkilzbude. Nee, ist nicht Kunkilzbude, ist da ein Gemeindehaus. Kunkilzgemeindebude. Wollen wir denn noch irgendwas zusammenbauen? So was große? Ich helfe dir, Kunkilzbude. Ich helfe dir, Kunkilzbude. Nudel, ey. Ähm. Wie ist das Nudel? Wie du umgelegst dich heute in der Anteil? Flachkopf. Du Flachkopf. Auch so schlimm, ey. Ähm. Fast am Boden zerstört vor Trauer. Nee, ich mag das so. Nee, besser. Äh. Hä? Aus was besteht nicht hier mein Haus? Ähm. Zielsteine. Also hier, richtig gute Steine. Die Ofensteine. Ja. Ofenpizza. Backfisch. Ey, da bin ich schon verpisst, ey. Backfisch. Ich krieg mir nimmer ein. Ey, das sieht bescheuert aus. Bei mir lebt grad die Welt nach und er rennt an den Luft rum. Du. Bob. Alter, verpiss ich, das ist mein, weil... Nein. Wenn ich dich... Ja, wie bietet. Oh, toll. Und Atman ist raus. Atman kommt gleich wieder ran. Der kann bloß in Tech-Share-Back-Me-Lein. Nee? Ja. Und der Bug geht mir auf die Nerven. Das ist doch geil. Nee, das ist doof. Was für ein Bug? Achso, der Grau. Oder was? Ich mag's nicht. Ich seh' hier nicht durch. Dein Dings, ey, das können wir nicht nehmen, weil... Ja, falsche Version. Ähm. Warum bin ich so freilich? So freilich. So freilich. Vanille, 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 Vanille. War das gut geklappt? Aber dein, oder? Ich glaube, ey. Naja, du wolltest bloß nicht, weil der Ansinnen auch wisst, dass du nur scheiße dauerst. Das ist keine... Dann mach doch. Steck dir das Mikrofon an. Na, denk dir, krieg dich bloß nicht auf der Reihe hochzunehmen. Steck dir das Mikrofon drin, ja. Lass, erschieb dich die Mikrofone sonst wo drin. Hör, 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 hör. Hör, hör, hör. Deswegen darf er gehen da haben. Ja, ich kann ihn aus dem Hirsch. Äh. Wohin schien wir da was? Ja, Rene, Rene hat das ja nicht nötig. Du hast das ja nicht nötig, du musst damit mal zum Amt rein. Du, Harzer. Hör, willst du? Ey, jetzt stellst du mich im Internet als Harzer da, ja? Ey, du bist so bescheuert. Ja, das ist proberatende Harzer. Ja, ich hab das studiert. Ja, ne, wie Nikos Kommentar. Ihr könntet das im Internet sehen und bei uns, ja. Ja, genau. Kommen sie alle zu dir nach Hause, wir fahren. Ey, wollen wir deine Hausnummer verraten? Ja, wohin. Und dann machen wir da so'n Bild von dir rin? Alter, ich mach dich fertig, Alter. Ja. Ey, komm, nee, lass mal machen. Ich mach dich dünne. Wir machen so'n Bild von dir am Anfang. Und dann mal gucken, wie viel Typ mir die Fresse einhauen. Wieso sollten die mir die Fresse einhauen? Wie sie es nicht sehen? Ne, komm, ihr habt viele Schwuchtlinnen. Was passiert denn? Was passiert denn erst, wenn sie dich sehen lassen? Ja, hier hast du Freunde. Also, Kena. Minus drei. Ja, ja, wir wissen über deinen Facebook-Status Bescheid. Jetzt sagt er nur schnell. Kunt geht's Facebook-Status-Mustern zum Abendgelt und... Das ist eine neue Aktivität. Ja, ich kann drüber lachen. Weil ich weiß, dass das falsch ist, aber das... Ja, da musst du's auch machen. Das geht nicht gut aus. Ich hab Eisen gefunden. So, mal gucken, ob man von hier unten in das Haus nach oben kommt. Ey, Mann, ich muss ehrlich sagen, euer Hauseingang sieht scheiße aus. Welcher? Kommt man in mein Haus, oder was? Jetzt bin ich in der Schlacht. Was soll ich in der Schlacht? Hm? Was will ich hier aus Eisen finden? Meinen Sie jetzt vom... In mein Haus? Ja. Das ist der Scheiße. Darunter... ...über... ...unterer Eingang ist Kacke. Wieso ist der Kacke? Weil ich da in der Schlacht gefällt mir. Aha. Jetzt bin ich zu blöd, eine Hacke zu machen. Spiele ich, Nico. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Guck mal. Was muss ich tun? Es ist so ruhig. Ich geh zu so ruhig. Nico hatte überlegt, ob er bei deiner Kohle, wenn er den Kohle-Zong singt. Nein. Nein. Ich geh mal zu schaden. Hahaha. Ich hab ja drei Eisen. Nein. Ach, bei Kratze, den Back, der geht mir so auf den Sack. Welcher denn? Na, dass der Dreck Sand, ach, Stein ist. Du hast einen Sack? Das ist mir ja was neu. Du musstest immer so in so'n Stehen, wenn so keiner lacht, so'n Grill-Zirpen einführen. Lass mal machen. Verrate nicht unsere Tricks. Okay. Entschuldigung. Wollte ich's nicht. Wir könnten doch so'n ganz einfacher Shut-Up drin machen. So mitten beim Reden, ne? Shut up! Was up, ey? Teenage Mutant Ninja Apple. Das haben wir am letzten Tag in der Schule gekickt. Ja? Ja. Teenage Mutant Ninja Apple. Beatbox. It's stupid. Very, very stupid. Oder Remi, wa? Der ist noch geiler. Den haben wir oben geguckt. Ich find' ihn tut. Ich wollte ja den Global Office Trailer anmachen, aber mein Lehrer hat ihn gesagt, ich darf nicht. Oh. Ja. Oh. Armer Roblin. Siehst du, dein Name kennst du jetzt schon? Jetzt fehlt nur noch die Adresse. Oder der Nachname. Das ist nicht used. Ja? Den haben sie doch schon am Anfang gehört. Ja? Ja. War Nico wieder so doof, oder was? Nö. Du hast doch schon vorher zu mir auch jemanden gesagt. Ja, aber nicht den Nachnamen, wenn's da geht jetzt. Nein, sagst du gar nicht. Wetten. Hör auf, du blödes Sau. Nein. 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 Ich kaste euch. Alle. Doch, total. Das geht ja gar nicht. Ich weiß. Aber trotzdem. Du liebst mich doch. Bist du immer noch in dem Scheißhöhlenviech? Ich bin immer noch in der Schlucht, falls du mich meinst. Du blöde. Du blöde Sau. Ach, da bist du. So. Guck mal, ich baue dir jetzt Kinder hier rechts. Voll Rinder. Da sollte eigentlich die Glas drin, aber ja. Ja, kommt denn ja auch, aber sonst falle ich da immer drin. Okay. Bin nur noch klein. Klein auch in den. Ja. Hab ich nur Schippe. Ja. Kann ich da auch. Ja. Soll ich den Fußboden mit hellem Holz machen? Holz? Holz. Da in mein Haus? Ja. Kannste. Ja. Holz. Wollen wir uns einen Schweinespawner machen? Fatspawn? Einen Schweinespawner? Wie denn? Server? Anna. Nee. Und? Wir tun das. Ich bin der Admin. Du Hacker. Ja. Was sagt eigentlich die Zeit? Verstimmt das von Blumen? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Wir sind fünf. Eins. Genau. Haha. Ich kann ja schon fünf Holz. Es sind keine fünf Minuten. Händen sie. Ja, scheiße. Ich grüß mir. Ey, was meinst du? Wie viele Quadratblöcke sind das hier? Nee, du musst erst machen...